So, den AGR Kühler haben wir draußen. Den nehmen wir gleich auseinander. Jetzt holen wir aber erst noch das zweite Thermostat raus bzw. das Hauptthermostat. Das sitzt hier. Dafür löse ich hier die, müsste wieder 10er Schlüssel weiter sein oder 12er. Mach hier die Muffe ab. Ach ne, das ist hier so eine Glocke mit so einem Federspanner. Also hier gucke ich, dass ich den hochgezogen bekomme. Hier genauso. Hier muss ich das nach unten abziehen. Auf der Seite an dem Schlauch. Zack, der ist schon offen. Und dann die paar Schrauben lösen. Dann ziehen wir das runter. Dann stelle ich euch wieder hier kurz auf die Seite. Vielleicht ein bisschen näher dran. Dass man das besser sieht. Bisschen zoomen wir dahin. So. Machen wir hier die Glocke ab. Jetzt sehen Sie den Spanner. Okay, der ist noch sehr fest. Gucken wir, ob ich hier reinkomme an den. Jawohl. Den haben wir offen. Hier ist noch die Muffe. Die legen wir auf Seite mal. Die Schlauchzeig legen wir auch mal auf Seite. Jetzt sind keine Tische hergerollt. So und dann brauchen wir Nuss. Ich habe jetzt mal 10. Gucken, ob es passt. Jawohl, das ist 10er Nuss. Brauchen wir aber noch eine Verlängerung mehr. Wenn man dann besser dran kommt. Jawohl, das sieht gut aus. So. Einmal. Ich empfehle auch, auch wenn ihr nicht so das mit anderen teilt auf YouTube. Empfehle ich generell. Habe ich früher auch gemacht. Wenn ihr sowas auseinander macht, stellt euch trotzdem eine Kamera neben, wenn ihr sowieso eine habt. Weil wenn ihr irgendwo seid und nicht mehr wisst, wie das zusammen gehört nachher, lasst ihr das einfach rückwärts laufen. Oder ihr macht halt jede Menge Fotos. Das habe ich auch gemacht. Aber besser ist es mit Video fast noch. Weil ihr dann genau seht, wo ihr was wie abgeschraubt habt. Ähm, muss man natürlich besser suchen als jetzt. Jetzt ist natürlich, ähm, ich weiß wo was hingehört. Ähm, auch wenn ich das hier noch nicht so in der Form gemacht habe. Aber, es ist ein bisschen schwieriger, wenn man so Langzeitprojekte hat, wo man immer mal ein bisschen dran rumschraubt und dann wieder zeitlang steht. Das ist dann schwieriger. So, das waren jetzt drei Schrauben. Noch eine vierte verbaut. Warum geht der noch nicht ab? Jetzt ziehen wir erstmal diesen Schlauch hier weg. So, zack. So, ach, hier unten ist tatsächlich noch eine vierte. Sehe ich gerade. So, der ist mit vier Schrauben fest. Könnte man natürlich auch clever sein und einfach den neuen angucken. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Der hat auch vier Aufnahmen. Entsprechend wird der alte genauso viele haben. Ja, also, da könnt ihr einfach bei den neuen Teilen, wenn ihr euch sicher seid, dass es die richtigen sind, gucken, wie sie befestigt sind und daraus schlussfolgern, wie die Original hier verbaut sein müssen. Ja, ich habe hier, ähm, was noch ein großer Vorteil ist bei dem Auto. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert. Ich kriege hier die Ersatzteile, die kommen können. Abgesehen von dem Turbus, alles recht günstig im Nachbau. Also, was heißt Nachbau? Das ist ja jetzt nicht irgendeine Drecksqualität hier. Aber ich kriege es eben, es muss nicht Original-BMW sein, sagen wir so. Also, ich kriege es hier von Malo oder Bär, die Teile. Hoppala, da war noch etwas Wasser drinne. Da war noch etwas Wasser drinne. Da legen wir mal gleich Lappen rein. Müssen wir dann gucken, dass wir das bisschen trocken kriegen. Aber es ist nur Kühlwasser, es ist nicht so schlimm. Da habe ich nicht aufgepasst. Habe ich wohl nicht alles richtig sauber abgelassen. Ähm, das nehmen wir dann einfach raus. Ja, ich lasse jetzt noch mal hier ein bisschen nebenbei lieber erst noch mal ablaufen. Ich hoffe auch nicht, dass das alles hier rein läuft. Sonst muss ich das Bodenblech so aufwendig sauber machen. Aber dann nehme ich mal die Kamera mit hier rüber. Komm mit. Da steht die Lampe jetzt drauf. So. Das hier kann man auch abziehen. Ja, nehme ich mal die Kamera mit hier rüber. So. Nicht um euch den Kaffee zu zeigen, aber dann lasse ich da parallel das Wasser nochmal ein bisschen besser ab. Und wir bauen schon mal das AGR um. So sieht das hier aus. So noch steiler. Dann machen wir mal das alte ab. Also, ich weiß nicht welches Thermostat für welche Messung genau verantwortlich ist. Aber ich mache jetzt einfach auch für Dach beide neu. Weil ich es auch sowieso da habe jetzt. Und weil in den Foren und in den Beiträgen, was ich gefunden habe, hat das niemand differenziert. Und wie gesagt, das sind jetzt 60 Euro zusammen. Mein, ich wäre das gewesen. Könnte ich nochmal genau, müsste ich nochmal genau gucken. Machen wir die beiden neu einfach. Das ist mir, das Risiko ist mir das ehrlich gesagt nicht wert, dass ich den DPF rausschmeißen muss. Sind zwar bei dem Auto in Anführungsstrichen auch nur 250 Euro, ja. Aber muss nicht sein. DPF habe ich bei BMW noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber bei Audi A4 verbessert. Und ich glaube B8 heißt der. Audi kenne ich mich nicht so gut aus. Da habe ich mit DPF sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die Regeneration zu starten. Auch manuell zu starten. Mit der Werkstatt zu starten. Da habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht. So. Jetzt können wir den hier rausnehmen. Das ist der alte Kollege. Ist die Schraube hier in dem Plastik ein bisschen fest in dem Kunststoff. Die holen wir uns noch da raus. So, haben wir die hier. Und dann können wir mal hier reingucken. Ja, hier machen wir dann mal sauber. Aber hier sieht eigentlich noch echt gut aus. Habe ich schon schlimmere gesehen. Guckt, dass kein Dreck reinfällt. Das sind jetzt hier Verkohlungen von oben. Wie gesagt, guckt, dass kein Dreck reinfällt. Haltet das hier schön sauber. Jetzt holen wir einfach mal das neue. So, das neue liegt hier. Da ist auch der gelbe Dichtring schon dran. Das heißt, den alten hier fummeln wir raus. Zack, weg. Gehen wir nochmal vorsichtig durch. Ein bisschen verkehrt rum. Dass, wenn irgendwo was rausfällt, das nach unten rausfällt. Nicht in den Kühlereien. So, und dann bauen wir es einfach genauso wieder drauf. Ja. Das neue. Ein bisschen drücken. Zack, schon sitzt das. Schrauben drauf. Und wie gesagt, wenn ihr den jetzt schon mal draußen habt, dann empfehle ich, geht hier und hier. Einfach mal mit dem Tuch rein. Holt das grobe raus. Und dann habt ihr schon mal, habt ihr schon mal was Gutes gemacht. Aber, ähm, ich lasse jetzt nochmal ein bisschen Wasser ab. Und hol den, hol das große Thermostat raus. Und das zeige ich euch dann hier auch nochmal auf dem Tisch. Bis gleich. So. Hier habe ich jetzt das alte. Hier das neue. Da sieht man keinen merklichen Unterschied. Das ist leicht angelaufen. Ja. Aber, ähm, rein optisch würde ich sagen, das war jetzt nicht schon. So. Ja. Und das bauen wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder rein. Schlauch drauf, Schlauch drauf. Anschrauben. Und dann Teil 1, ja. So, ich drehe die Kamera gleich wieder und nehme euch mit rüber. So. Also, der, das große Thermostat ist schon wieder drin. Dann habe ich hier unten, ähm, das Kühlwasser wieder zugeschraubt. Ja. Könnt ihr nochmal drüber wischen. Ähm, dass das auf jeden Fall wieder zu ist. Dann habe ich auch, wenn ihr jetzt schon mal das offen habt und drankommt, schön unten drinnen mal wischen. Gucken. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Wie ich da rein leuchte. So ein bisschen sauer machen da. Der Schlauch ist auch wieder rot. Der war schön im Ölfilm. Alle Verschmutzungen mal so ein bisschen raus wischen. Wenn ihr schon mal das offen habt. So und dann bauen wir jetzt den AGR Kühler mit neuem Thermostat wieder ein. Umgekehrte Reihenfolge. Also. Erstmal einführen. Diese Stelle hier können wir schon mal. Ja, die legen wir auch hier. Wieder einführen. Dann machen wir zuerst hier unten diesen Schlauch wieder drauf. Wo ist meine Lampe? So. So. Dass der grob sitzt. Zack. Jetzt gucken wir das hier hinten am Krümmer. Bis der da richtig sitzt. Da muss ein Stück tiefer. Zack. Das hier kommt dann wieder zusammen. Können wir schon mal den hier grob drauf stecken. So. Verdammt. Diese Schelle habe ich jetzt fast vergessen. Die muss da unbedingt drüber. Jetzt kriegen wir dann Probleme. So. Und dann machen wir das erstmal. So. Wo habe ich jetzt meine Schrauben mal mit? Hier hinten. Dann machen wir das erstmal. Ganz schön viele Tücher hier gebraucht. Dann machen wir erstmal den AGR wieder hinten fest am Krümmer. Dann haben wir ja die große Radschelle mit diesem Schlüssel. Mit dieser Nuss. Gucken, dass der richtig sitzt. Jetzt sitzt er nicht mehr richtig. Voila. Vorsicht. Warum sitzt der jetzt nicht richtig? So sieht es gut aus. Einmal fixieren. Vorsichtig. Und dann mit der anderen. die Schraube einführen. Und dann anziehen. Ein bisschen Fummelarbeit alleine. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dass euch jemand hilft, ist das schon ganz gut hier bei so manchen Zusammenbauaktionen. Aktion. So. Dann die untere. Zeituhan. Beleidung. Oder. Ich drehe das immer ganz gerne mit der Verlängerung einfach handfest, schau mal, weil man sich dann einfach viel Zeit spart, als wenn man das gleich mit der Ratsche probiert. So, das knallen wir aber noch nicht fest. Wir gucken erstmal, dass die anderen Verbindungen alle wichtig sitzen. Zum Beispiel die hier. Die Sturmverbindung mit der Schelle. So. Jetzt gucken wir, dass wir das hier so durchführen. So, mit dem Schraubenzieher. So, zack. Das passt. So, dann setzen wir die voreinander stumpf. Jetzt sind wir die stumpf voreinander. Gucken, dass wir die ein bisschen zusammendrehen, damit sie wenigstens ein bisschen beißt. So, jetzt ein bisschen zusammen. Jetzt machen wir das hier richtig. So. drücken wir das ein bisschen zusammen. Warum greift der jetzt noch nicht? Sollen wir noch ein bisschen besser ausrichten. Sollen wir ihn noch ein bisschen besser ausrichten. Sollen wir ihn noch ein bisschen besser ausrichten. Ja, diese Verbindung mag ich ehrlich gesagt nicht so bei BMW. Einfach stumpf voreinander mit so einer Muffe. Ist zwar recht simpel, aber manchmal echt blöd wieder zusammenzubauen. Ne, hier oben greift er einfach nicht. Warum nicht? Ich mach mal Pause. Ich mach das erst zusammen und dann baue das jetzt komplett ein und dann weiter. bis dahin, dann ist das einfach ein bisschen, dann da moving die